Willkommen beim Schlafzimmeraufbewahrung and Organizer Chair Lösungen. Hier ist Will, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist verstellbares Kopfteil, Bett mit Lattenrost aus Metallrahmen, Leinenmaterial, modernes Bettgestell mit Stauraum, großer Stauraum, grau. Eigenschaften Hochwertiges Leinenmaterial Das Bett besteht aus hochwertigem Leinen, das hautfreundlich und leicht zu reinigen ist. Dieses Bett ist in zwei Farben erhältlich, grau und blau, und die neutrale Farbe lässt sich leicht mit jedem Schlafzimmerstil kombinieren. Hochwertige Verarbeitung Das Polsterbett ist hochwertig verarbeitet und bietet hohe Stabilität. Das Stützstangenteil nimmt eine hochwertige und starke Hydraulikstange an und ist mit einem Zugring aus Stoffstreifen ausgestattet, um das Öffnen des internen Aufbewahrungsteils zu erleichtern. Die elastischen Lamellen sind gleichmäßig verteilt und können bis zu 200 kg tragen. Die Latten sind glatt und gradfrei, sodass Sie sich keine Sorgen um die Matratze machen müssen. Bettrahmen mit Gasdruckfeder Großer Bettkasten unterhalb des hochklappbaren Lattenrosts mit viel Stauraum für die Aufbewahrung von Decken, Kissen oder Bettwäsche Lattenrost durch Hubzylinder leicht hochklappbar Im Inneren ist ein Platz von 170 Stern 140 cm vorgesehen. An der Unterseite des Bettes ist ein Oxford-Tuch angebracht, um Staub fernzuhalten. Einfaches Design Das Kopfteil des Bettes ist ca. 123,5 cm hoch, sodass Sie sich bequem auf dem Bett ausruhen und lesen können. Der Höhenabstand von 33,5 cm bietet ausreichend Platz für Matratzen unterschiedlicher Dicke. Das Bett ist gut verarbeitet, ohne zu wackeln oder zu quietschen und absolut ungiftig. Optimale Stützkraft Lattenrost mit Mittelstrebe und zwei Stützfüssen stützt Ihre Matratze optimal ab. Bett bietet optimale Voraussetzungen für gesunden Schlaf. Zwei unabhängige Lattenroste ermöglichen ein Schlafen, ohne sich gegenseitig zu stören und sorgen für ein angenehmes Schlafklima. 5. Neutrale Leinenpolster passt zu jedem Ihrer vorhandenen Möbel. Robuste Lattenrost und Beine gewährleisten einen tiefen und erholsamen Schlaf. Sehr einfach zu installieren, ideales Bett für Menschen unterschiedlichen Alters. Hautfreundliches Leinen und verdickter Kopfteil sorgen für ein angenehmes Gefühl. Zeitloser Minimalismus, besonders mit diesem modernen und mutigen Aussehen wird es Ihrem Schlafzimmer eine subtile Feinheit verleihen. Im Laufe der Jahre ist Schlafzimmeraufbewahrung in Organizer immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in sarikank.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über elisabethmannaya77 at gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen.